Ein Toter Kerb? Ich bin der Manu von Brütiseele. Ich würde einen Toter Kerb verstecken, den man niemand findet, wenn man mit einem Stein am Fuss ins Sein rührt. Dann fließt er, dann geht er bis auf Basel. Der soll noch bleiben. Wir waren auf Absinthe. Ich meinte, ich sehe einen Jedi-Ritter. Dann bin ich dem Jedi-Ritter angerufen und bin sie reingegangen. Dass es bis jetzt lächerlich ist, sonst kann ich mich nicht erinnern an etwas lächerlich. Kannst du mir eine zweite Frage stellen, wenn ich die antworten könnte? Ja.